Reverna ist da! Jessica, kümmerst du dich ein bisschen um Secret und dann Moska ein bisschen um Pack, high technisch. Die Tanks rennen ja gerne mal aus der Range. Kurt Raptors ist da. Boah. Achtung, Cleef! Das ist sehr wunderbar. Nehmen wir gleich ab, Elvis, hab noch keinen Spot frei gerade. Ja, ich lauf noch ein bisschen. Das ist natürlich das Schöne, dass der genau so schnell fliegt. Ich bin ja AOE-Hohn. Tolles Siegel! Summer ist gegen. Lucia und Tessna bitte nur selber reinigen. Crispy bitte heilen, ich habe Salsa. Wer sammeln muss... ja, okay. Wer kann, bitte im Heilkreis sammeln. Das ist nicht vorbei. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Du kannst stehen bleiben und den tanken. Wenn du nach jedem zweiten Mal den breiten Cleef rotzt, der dann. das ist nicht so. Aber jetzt musst du laufen, genau. Ja. Weck DD ist weg. Ja. Ja. Bleib stehen. Bleib stehen und tanken hier. Achso. Wenn jetzt nochmal der Cleef kommt, dann läufst du wieder. Beziehungsweise. Stellt euch alle in die Mitte. Stellt euch einfach alle ins Holocron rein. Alle in die Mitte einfach. Fällt den um den Thron rum. Äh, um die Mitte. Weiter ziehen da den Tipa fern. Danach die Tanks bitte in Kristall holen. Alle anderen bleiben in der Mitte. Kann ich mir den von Brontes holen, dass ein Tank unten ist zum tanken? Kannst doch du machen, ja. Aber wenn die Tanks fix sind, kannst du gerne machen, ja. Mach du welches. Gut. Mussten ziehen bitte ein bisschen schneller. Er hat fast die ganze Zeit den Tipa auf. So, egal. Alle in der Mitte sammeln. Eben die Kristalle holen. Äh, bin ich hier richtig? Ja, sieht gut aus. Brontes Throne, ja. Brontes hat Chestnut im Visier. Bitte heilen. Ja. Ja. Alle DDS auf Störer. Wann das bitte nach außen drehen? Die, voll in die Gruppe. Ja. Versuch du mal bitte das zu nehmen, genau. Oh, der Drache ist ja bei Ritten. Ja, Störer sind da. Dekorativ drauf. Schönen, dass es mir auch schon auffällt, hätten wir zu. Für mich ist das immer nur der Drache. Bist du da ganz alleine drauf gekommen? Das ist ne gute Frage. Ich würde ja vermuten, nein. Ich bin. Ja, das war. So, wenn es los geht... Soll ich stell dir mal das Symbol? Ach, da waren einige noch schneller. Ja, da war ich schneller. Da bitte gleich alle sammeln, also Rasmik da auf jeden Fall aus dem Holopron raus. Und Lucia. Abstand von der Pyromide jetzt gleich. Und rausrotzen bitte. Also hier brauchen wir noch keine Inspiration für gleich aufbewahrt werden. So, Tank-Verteilung geht gerade. CDs können optional den Kristall holen. Und Bestia weghauen. Und wenn die groß werden, einfach alle in die Mitte. Wieder Zielscheibe, Flamme, Lichtschwertschild. Warum ist denn mein Schild zornig? Oh, und? Inspi kommt, 3, 2, 1. Ich hau'n Massen raus. Jo. Jetzt auf Tyrants. Mit du mal Massen nach. Also Pippkater eins, oder? So, Massen-Spot. Sehen aus wie ein Liebespaar, die beiden. Alles auf Lichtschwert. Oh, jetzt Azrael bitte mal ne Heilung reindrücken. Ja, okay. Wir brauchen alle Heilungen. Du wolltest grad sagen. Ne, passt. Wir sehen alle scheiß aus. Und die Tanks irgendwann. Das sind auch die Tanks eigentlich. Ja. Also hier in der letzten Phase sind die Tanks eben zur Heilung auf die DDs geschehen. Aber es passt die Liege eben für sehr schön. Ja, die Z. Eben erst aufheben, bitte. Jetzt setzen du Level ab. Ja, genau. Ich dachte, hier gibt's die Unterwelthaupthand. Okay. Guck mal, du. Hier ist ne Haupthand für dich. Die kann ich schon mal behalten. Juuu. So. Und zwar...